Die Pause ist zwar noch nicht da, aber darf ich Ihnen schon mal ein Glas Wein anbieten bitte? Wie wir alle wissen landen in Österreich tagtäglich hunderte, tausende, zigtausende Weinflaschen im Glaskontainer und wir verleihen diesen Weinflaschen ein neues Leben. Wir recyceln nicht nur, wir upcyceln. Wir nehmen das Apfelprodukt Weinflasche her, die wird durchgeschnitten, gereinigt und neu befüllt. Oben mit Wein und unten mit regionalen Knabberteilen. Das wird dann wieder versiegelt und zusammengesetzt und so findet sich der Kunde dann auch im Geschäft und so kann man Sonja genießen. Der Kunde profitiert dann von Sonja auf zweifache Weise. Erstens, er bekommt in einer originellen Verpackung regionale Produkte, die er jederzeit sofort und spontan genießen kann. Und zweitens, statt dass die Gläser wieder im Müll landen, landen sie zu Hause für die alltägliche Verwendung. Somit ist Sonja perfekt für das romantische Picknick, den After-Business-Drink zum Anschluss nach Diplom-Prüfung oder wenn man zum Beispiel in den Lift stecken bleibt. Also immer dann, wenn man spontan, aber stilvoll genießen möchte. Ja, und zweitens, immer wenn man spontan und stilvoll genießen möchte. Und zweitens, ja und somit ist Sonja dann eigentlich das perfekte Geschenk oder Mitbringsel oder viermal Weihnachtsgeschenk. Ja, und wir von Sonja, wir sind ein junges, begeistertes Dreierteam. Und mit dem Preisgeld würden wir der Anschaffung der neuen Maschinen, die wir brauchen für die Herstellung, einen wichtigen Schritt näher kommen. Helfen Sie uns Sonja zu realisieren, denn es ist nicht nur der Kunde, der das genießen kann, sondern wir helfen auch unserer Umwelt. Ich danke vielmals und Prost! Zum Wohl! Alles Gute! Zum Wohl! Prost, Prost! Schön, schön! Tschau! 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 Vielen Dank.